Ciao, buongiorno a tutti. Guten Morgen an alle Zeitbänkler. Wir hoffen, ihr seid gut drauf, ihr seid gesund. Uns geht es noch gut, wir haben ja Glück in diesen Zeiten. Wir erkunden gerade unsere nähere Umgebung auf alten Wegen, aber auch auf den neuen Premium-Wägen. Wir können sagen, empfehlenswert. Gestern das Mössinger Streuobst Wiesenwege war wirklich klasse. Wir genießen das Leben unserer wunderschönen Garten. Ja, wir liegen auf der Liege und lesen viel, wir essen draußen. Das einzige, was uns fehlt, ist das Meer. Sonst haben wir alles. Und das Poolspielen, und das Schinken für uns, ja. Und die Gemeinschaft zu euch natürlich. Und ganz besonders freue ich mich im Sommer bei unserem Sommerfest in Weiler, euch alle wieder gesund zu sehen. Bis bald, alles Gute, tschüss.